Du möchtest die Übungen im Trimm-Dich-Pfad richtig durchführen? Dann schau dir die Videos zur Veranschaulichung an, um Fehler in der Ausführung zu vermeiden. Um zum Video zu kommen, kannst du einfach den QR-Code mit deinem Smartphone einscannen und so gelangst du zu dem Video der jeweiligen Station und du bist bereit, die Übung auszuführen.